Hallo Leute, heute im Unboxing haben wir den GoPlay Zero Flat Professional. Bedanken waren wir uns bei GoPlay, die uns diesen Handschuh zur Verfügung gestellt haben. Ein Test zu diesem Handschuh wird auch bald folgen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Unboxing. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.